Wir haben wieder einen Pilot aus dem Schweiß. Das ist Dominik Essel. Ein turbinen-verrückter Mensch. Es ist so, er ist mit diesem Modell bisher nur auf Asphalt betrunken. Er hat gesagt, er reist nicht, ob er den Start ist an, ob sich die Radpiste. Er versucht auf jeden Fall und tut jetzt noch die richtige Position, wo eben das Rad an ihn richten ist. So ist der BG. Und der BG. Und der BG. Und der BG. Und der BG. Ein Carlyx Proposide SpaceX 2. So ist die BG. Und der BG. Also den BG. Enterprise. wirklich ein ganz spezielles Flugzeug. Maßarbeit zu sehen. Länge 1,50 m. Standweite 80 cm. Also die halbe Standweite sind rund Länge ungefähr. Und das gewisse 3800 g. Antrieb mit einer 4,5 kg Zugverbine. Die Funktionen sind wie bei bei Hildringen einmal. Hildenruder, Hildenruder, Verwehrruder. der BG. Hildenruder, Verwehrruder, 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 Verwehrruder. Der BG der BG. Und der BG. Das ist noch am Ladi, muss aber, ich sag dir mal, noch nachzulösen, dass er nicht steht. Das heißt, er hat vermutlich noch nicht getreten. Die Bevorbehalten sind, dass das nicht ein Ordinallnachbau darstellt. Also kommerziell raus hat. Das gehört jetzt die Elektrik aus der Läder. Gut, ich weiß nicht. Hier bis vorne. Und jetzt kann ich noch hinweg, bis zu 15 Kilometer. Wir haben den Krieg überfüllt, ja, los! Ich weiß nicht, dass wir nicht glauben, dass der Kass, oder? Dabei hat er sicher, dass wir nur, dass die starke Blüte vergessen hinzudauern. Und ich mach wirklich den Eindruck, dass das Jürgens sehr gut witzig wäre. Ja, wir haben ja morgen gesagt, Dominik ist nicht ganz verrückt. Der hat auch jetzt sechs, also er leider nicht los. Ich lecke euch gerade. Ich lecke euch gerade. Und der ist für die Vielseitigkeit der Schnellig-Rappen-Gürttemberg in den Unterhalt. Der hat keine Regime zu tun. Das soll spezielle Ideen, wo keiner drauf kommen würde, dass man hier überhaupt ein Flugzeug mal nachbauen kann. Da findet er einfach nur die Ideen, man sagt, das soll ich nach. Und die Maschinen macht man natürlich eine Travur. Jetzt von rechts im Anschlug. Da wollte ich jetzt mal ausgefahren. Jetzt kommt er in der Leitung der Ideen Richtung. Und setzt sie mit ihr. Jawohl, Dominik. Herzlichen Dank. Der Dominik ist schon auf der Strecke. Ja! Du bist ja okay. Jetzt kann er das Bauen an. Das ist 40 hast. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber dann kommt es sicherечение. Gestlined Peter Protest.